Musik Leute, ihr müsst mal ganz schnell kommen. Wir haben ein wirklich großes Problem. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Wer macht denn sowas? Genau das will ich ja gerade herausfinden. Dieser Fleck war heute Morgen noch nicht da. Die Tag muss also zwischen 9 und 12 Uhr begangen worden sein. Also ich würde so etwas niemals tun. Ich war es auch nicht. Und ich war es auch nicht. Der Schmutzfink muss also einer von euch beiden gewesen sein. Vielleicht war es ja ein böser Geist. Es gibt keine Geister. Jenny, wo warst du heute Morgen zwischen 9 und 12 Uhr? Also ich war in meinem Schlafzuhl und habe gelesen. Und kannst du das auch beweisen? In Ordnung. Und Lucy, wo warst du heute Morgen zwischen 9 und 12 Uhr? Ich war im Stadtwald und habe mich dort mit den Naturgeistern geistig verbunden. Es gibt keine Geister. Aber kannst du irgendwie beweisen, dass du im Stadtwald warst? Ja, natürlich. Ich kann einen der Naturgeister rufen, damit er... Nein, danke. Hallo, was macht ihr denn da? Wir versuchen herauszufinden, wer für diesen Fleck hier verantwortlich ist. Der Fleck? Das war ich, sorry. Ich habe vorhin eine Kleinigkeit gegessen. Damit wäre der Übeltäter entlarvt. Und ich dachte die ganze Zeit, es wäre Lucy gewesen. Das bringt uns jetzt allerdings zu der Frage, warum Chantal einen Schlüssel zu unserer Wohnung hat. Also ich habe ihr keinen gegeben. Ich auch nicht. Vielleicht war es ja ein böser Geist. Und hier ist deine Belohnung. Und hier ist deine Belohnung. Ich kann ja auch nicht so werden.